Wie kann so eine gewaltige Landmasse einfach so im Himmel schweben? Die Errungenschaften der Sonau verblüffen mich immer wieder aufs Neue. Damit sind wir am Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich hierher begleitet habt. Seht euch um. Von hier aus kann man das ganze Königreich Hyrule bewundern. So hoch oben bin ich ja noch nie im Leben gewesen. Ja, der Ausblick ist wunderschön. Und du, Zelda, hast all die Zeit hier in den Wolken verbracht? Ja, doch an viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist so... so unwirklich, dass ich jetzt mit euch hier stehe. Diesbezüglich habe ich eine Vermutung. Es waren Rauros Lichtkraft und Sonjas Macht über die Zeit. Beide haben sie Link ihre Macht geliehen, um dieses Wunder geschehen zu lassen. Ja. Meine Zeit ist nun gekommen. Minero! Vor langer Zeit bürdeten wir künftigen Generationen eine schreckliche Plage auf. Doch ihr habt es geschafft, sie endgültig zu besiegen. Nun kann ich endlich leichten Herzens Rauhu und den anderen folgen. Wir alle gelogen! Hoch und heilig! Zelda zu bedienen! Prinzessin Zelda zu dienen und Hyrule stets zu beschützen! Rauhu und Sonja wird es freuen! Minero! Und du, mein liebes Kind, bist stets in unseren Herzen. Ich danke euch! Ich danke euch! Lapp! Lapp! Oh, oh. König Rauru. Königin Sonja. Minero. Und die Weisen aus jener Zeit. Sie wollten Hyrule nicht nur retten. Sie wollten ihm ewigen Frieden schenken. Ich werde alles daran setzen, diesen Wunsch zu erfüllen. Jetzt und für alle Zeit. Freunde, wir können das ganz sicher schaffen. Gemeinsam. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!